Ist es denn eigentlich angenehm, wie ein Popstar behandelt zu werden? Den früh verstorbenen Musikern bzw. Eisbären Michael Jackson und Knut können wir diese Frage nicht mehr stellen. Als der zuletzt genannte Sänger starb, gab es reichlich Spekulationen, wer ihn denn eigentlich auf dem Gewissen habe. Aber sein Arzt, der mit Psychopharmaka und Narkotika nur so um sich geworfen hätte, oder sein charakterlich grundfalscher Vater. Kaum in Erwägung gezogen, wurde die Schuld seiner Fans, die ihn des grundsätzlichsten Menschenrechtes beraubten, nämlich der Freiheit, und ihn in die Isolation trieben. Brutal und gewissenlos schränkten sie seine Lebensmöglichkeiten ein, doch er, der seelisch Gebrechliche, konnte nicht anders, als vor genau diese, seine Peiniger, zu treten und zu hauchen, I love you all. In einer solchen Situation wird jeder Mensch krank. Ihm verschaffte sie eine Art lebenslanges Stockholm-Syndrom. Hat man nicht, als er zwei Wochen lang im Münchner Hotel Bayerischer Hof gastierte, einen Tunnel für ihn gegraben, damit er überhaupt mal an die frische Luft konnte, und musste er sich nicht als eine saudi-arabische Frau verkleiden, um ein paar Schritte durch die Stadt gehen zu können? Über die gesundheitsdienliche Arroganz von Mark Bowlen, von dem der Spruch überliefert ist, er selbst sehe tausendmal besser aus, als die jungen Mädchen, die bei seinen Konzerten in der ersten Reihe stehen, verfügte Michael Jackson gesundheitsundienlicherweise nicht. Man vergisst bisweilen, dass das Wort »Fan« von Fanatiker kommt und dass Fanatiker nicht unbedingt freundliche Menschen sind, sondern oft verbohrt und fehlgeleitet. Und als fehlgeleitet und verbohrt wird man jeden Menschen bezeichnen dürfen, der stundenlang vor Hotels herumsteht, um beruflich Reisende, sobald sie vor das Haus treten, anzuschreien und von ihnen Schriftproben zu erbetteln. Von den Angeschrieenen wird erwartet, dass sie dieses selbstgefällige, mitunter auch hämische Gelärme mit Bewunderung verwechseln, und viele sind offenbar bereit zu dieser Selbsttäuschung. »Ich bin dankbar für all diese Chancen«, sagen sie in Interviews. »Ich bin eben ein Profi«, sagen sie in der Senderkantine. »Das gehört nun mal zum Job«, sagen sie im Freundeskreis. »Und ich bin halt eine korrumpierte, alte, kranke Sau«, sagen sie schließlich am Abend zum Badezimmerspiegel, die Tablette aus der Blisterpackung brechend mit zitternder Hand.